Die Neuankommenden Okay, aber auch gleichzeitig einmal Okay Also wenn ich jetzt soll, also ich meine Es kann tatsächlich so eine Art Unzulässigkeit Es ist nicht ganz einfach das als Chance zu denken Also so schnell auf die Antworten Setz das kommunale Wahllecht in den Fokus des heutigen Abends Das kommunale Wahllecht soll für alle gelten Die eine Berechnung zum Aufenthalt bekommen haben Ach was, das gilt für alle Das kommunale Wahllecht gilt für alle Jeder der es bis hierher geschafft hat Jeder der es bis nach Zürich geschafft hat Soll mitbestimmen Auf Dorfebene, auf Stadebene mitbestimmen Über unsere gemeinsame Zukunft Und genauso kann das jede kleine Schweizer Kackgemeinde Für alle auf ihrem Gebiet lebenden Menschen Das kommunale Wahllecht durchsetzen Ihr sagt das geht nicht Ihr denkt das geht nicht Ich aber sage euch In Zürich Hier in Zürich geht das Und dann soll man doch sehen Wie eine kleine Gemeinde Wie hinwiel Oder Schandau Oder ja was will Mit ihrem Demokratiedefizit In der Zukunft leben wollen In der EU geht es übrigens auch Für EU würde ich jedenfalls Ja, ja, ja In der EU geht es doch Ja, lasst uns doch die EU Einfach mal nichts überholen Und das kommunale Wahlrecht Für alle Flüchtende einfordern Für alle, die kommen wollen Wie gehen wir denn da mit um Mit der Angst Also wie gehen wir denn da mit um Also wie gehen wir mit der Angst um Ob es jetzt definitiv ist oder nicht Der Koppelmitte kommt sowieso Da ist doch kein Zaun zu hoch Und kein Eher zu weit Man stelle mal einen Zaun vor Wisst ihr wie hoch Das ist 29 oder 20 Meter So hoch wie die Halle Vielleicht muss er wieder Sechs Wochen später versucht er es wieder Er ist kaum oben Wieder eingeschossen Ja, er fällt unter Ein Hund kommt und beißt ihm in die Beine Er ist völlig fertig Der weiß nicht was ganz kurz Irgendwann schafft es trotzdem Irgendwann kommt er hier an Die neue und gute Nachricht ist Den Syrer Den gibt es nicht Es gibt nur Menschen Menschen, die ihr zu Hause Für potenziell alle Zeiten hinter sich gelassen haben Weil ihnen da wo sie herkommen Wo sie herkommen Foltertod Der Tod der Eltern Der Tod der Kinder Der Tod der Freunde Der Kinder Oder vielleicht haben sie aber auch einfach nur Einfach zu wenig zu essen Um sich durchzuschlagen Ja und Diese Menschen Die stehen jetzt in Idomeni Die stehen hier draußen Die stehen in Griechenland Das Strand in Italien Die versuchen sich jetzt hier im Moment zu uns durchzuschlagen Und natürlich kann man diesen Menschen mit irgendwelchen Kritikationskonzepten kommen Die Deutschkursen und Geschichtskursen Die viele schon immer Schweizer wahrscheinlich immer bestehen würden Man kann sie aber auch einfach teilhaben lassen Partizipation Lasst die Leute teilhaben Erfindet doch eure Geschichte neu Wer ihr seid Wer ihr seid Was ihr könnt Was ihr wollt Was ihr wollt Also was es braucht ist Was wir auf die Lage hinaus besingen müssen ist Ein New Deal Ein New Deal Der die Flüchtlingspolitik Der die Flüchtlingspolitik Als Ausgangspunkt Für umfassende Monetisierungsprogramme nimmt Ein gemeinsames und neues Wir In dem der Arbeitslose Passschweizer Neben dem syrischen Flüchtling Nicht als Konkurrenten und Körpergesourcen Sondern Als Träger gemeinsamer Interesse Für das heißt Das sind die Flüchtlingspolitik Deswegen Geben den Neuenden Zweiten Zugang zum Arbeitsmarkt Zweiten Wahl des Aufenthaltsortes Eine Wohnung Und vielleicht auch Eine ganze Begrüßungswelt Und dann wollen wir mal sehen Wie sich das Wachstum in diesem Land In den nächsten Jahren vergrößern wird Ich jedenfalls Sehe eine großartige Zukunft In dieses Land Und wenn die gesellschaftliche Neuordnung Dann am Ende gelingt Er mag sie für die späteren Generationen nun möglichst sogar zur historischen Orientierungserzählung gehen, zu einem würdigen Mutort. Applaus